hallo herzlich willkommen zurück zum let's play von the long dark ich habe gerade festgestellt dass man offensichtlich halt im mund mit der gleichen taste mit der ich meine aufnahme starte schnell einlädt das war jetzt nicht so schlimm oder einfach den spielern spielstand den ich schon eingeladen hatte noch mal eingeladen hat bis jetzt noch nicht so schlimm so will will was essen das ist okay die man welche sachen anziehen können sehe ich gerade so ist noch eine mütze der wind ist jetzt übrigens hier bei mir er hat eine mütze auf die mütze hat eine bessere qualität als unsere zwei mützen tragen also jetzt reden wir mal mit der verrückten alten frau das bestimmt lady heißt dass ich versuche dann die waffe wegzunehmen erschießt sie mich doch bestimmt oder ich frage sie einfach wer war das ärger Sie sind sicher sie sind dumm Jemand Errege Und von dem, 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 der, der der, 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 der der, der die ... teme, das, der blöd ist. Tog meine Dinge rein. Trag mich eine Hand. Sie sagten, die, die hellste sind. Sie sagten, sie sind bezpie tot, weil die Mache nicht sehen. Ich glaube auch, sie hätten Schwierigkeiten gehabt, dein Haus mitzunehmen. Aber gut. Wer sind diese bösen Männer? Und eine leichte Zicke. Verletzt? Verstehe ich nicht. Können wir aufhören, Kindersprache zu reden? Könnte Grey Mother aufhören, von sich in der dritten Person zu sprechen? Das ist ein bisschen blöd. So, wie... Ah, okay. Mit der Maus. Ausweg, Vorräte, Stadt. Ähm... Stadt? Genau. Gute Frage, Will. Super. Gut, steht auf dem Schild. Ich habe hier hier all meine Leben. Nicht viel Use für den outsideen Welt. Milton ist der letzte der alten Mountain-Towns. Jetzt ist es fast nicht möglich zu kommen. Oder rauskommen. Okay. 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 Hervorragend. Richtig. Ja. Ähm. Heißt es, ich soll jetzt weggehen? Leer. Kann ich sie dann jetzt nach leeren Dingen fragen? Oder ist diese Dialogoption leer? Ich frag sie jetzt nach vorrücken. Oder nach einem Ausweg, okay. Richtig. Gut, ähm, Proriter. Die übrigen haben ihre eigenen Sorgen? Da sind noch andere? Wenn sie hier sind, werde ich nicht erreichen. Also, während ich nachdenken, Sie sehen, was Sie können über die Nacht der Licht und wenn sie über die Stadt übergebracht hat. Damit können wir uns helfen. Okay. 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 Dann, ähm... Ich muss das jetzt anklicken. Ich will das wissen. Tatsächlich ist es eine Option. Außer dir jetzt? Also hier sind noch welche. Das wäre schon cool, wenn wir jetzt noch mehr NPCs begegnen würden, oder? Okay. Okay, finden sie alle in der Nacht gestorben. Das wäre natürlich irgendwie doof. Ähm... Strom? Tut mir jetzt leid, dass sich das hier jetzt so ein bisschen in die Länge zieht, aber... Mhm, mhm. Sicher? Ja. Boah. Das ist tiefsinnig, was ich sagen wollte. Tut mir leid, dass sich das jetzt so ein bisschen in die Länge zieht, aber ich würde die Dialogoptionen schon gerne ausreizen, nicht dass uns hinterher irgendwie eine bestimmte Information fehlt, um was zu triggern. People were scared, and we're leaving for the coast, on foot, foolish plan, but that's what they said to do, after the quakes, if there was ever another emergency, go to the coast and help will come. They wanted me to go with them, but I'm not ready to leave Milton. Hey, sie haben es ja angeboten. Okay, da ich ja die alte Version vom Story-Modus kenne, möchte ich bemerken, dass Lilly, glaube ich, keine gute und gesunde Gesellschaft ist. Das ist jetzt wirklich... Okay, aber du bist so bitter. Wir haben alles in der Verkaufung. 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 Wir sind ja zufrieden, dass wir. Wir sind. Das sind wir. Wir sind immer wieder, dass wir nicht so gross. Wir sind und heute seitdem. Das ist jetzt nicht Wills Schuld, ja? Er ist ja nicht mehr Holzfäller oder Minenarbeiter. Und Astrid hätte sie alle gerettet, wenn sie gekonnt hätte. Andere. Das hat sie doch gerade erzählt. Alles kaputt? Das war's. Die Leute angefangen zu werden. Fertig. Die Panik, angefangen zu sprechen. Das war's. 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 Okay, die Dialog. Ich dachte, wir sollten jetzt erstmal Vorräte sammeln und dann versucht sie sich zu erinnern, aber offensichtlich weiß sie ja alles noch. Oh, okay. Okay, ähm, Space abgeschlossen. Gut. Genau. Wir sichern das Überleben der grauen Mutter. Du brauchst vor allen Dingen mal was zu trinken. Ähm, also okay. Letztlich, da war eine fremde Frau, sie ist mit den bösen Männern gekommen, die versucht haben, ihr alles wegzunehmen und die auch Teile von den Sachen weggenommen haben, die sie hatte, deshalb hat sie jetzt keine Vorräte mehr. Aber ansonsten, nichts, was wir nicht schon wissen. Dieser komische Sturm, die Nacht der Lichter und alle Leute sind geflohen, nur die graue Mutter selber nicht. Darf ich das jetzt nehmen, oder erschießt sie mich dann? Erschießt du mich jetzt? Wäre schön, wenn nicht... Kommen wir marschieren zu der Tankstelle. Ich glaube, das ist die... Wir müssen auf jeden Fall nach einem Schlafsack auszuhalten. Ich hoffe, in der Tankstelle liegt einer. Da war ja auf jeden Fall, zumindest im Überlebensmodus war da, glaube ich, auch so eine Schlafstelle. Vielleicht ist dann da ja... Es dauert ganz schön lange, Milton einzuladen. Ja, hoffentlich schmeißt mir das nicht wieder die Tonspur durcheinander. Okay, ich höre hier seltsame Geräusche. Egal. Da ist auch... Okay, wir können erst mal in den Shop gehen. Okay, kein großer, böser Wolf in Sicht. Na? Okay. Ich dachte, wir lesen... Gut, wir lesen das, wenn wir drin sind. Dann erfrieren wir auch nicht beim Lesen. Das ist gut. So. Post. Sehr geehrte Mitglieder, aufgrund der globalen Wirtschaftslage, die Ihnen allen bekannt ist, müssen wir leider unseren Betrieb einstellen. Alle Bankdienstleistungen werden hiermit bis auf weiteres eingestellt. Das ist ein Mensch. September 2012? Spielte der alte Storymodus nicht irgendwie früher? Das ist gar nicht der Laden, das ist die Bank. Gut, wir gucken, ob wir hier vielleicht Schokoriegel finden. Cash können wir jedenfalls nicht abheben. Jetzt hätte ich aber niemand einen Schokoriegel weggeworfen. So, das ist schon mal gut. Gipfelbrause. Crunchy-Stuff. Crunchy-Stuff. Wirklich? Vielleicht, weil der Haus des Bankmanagers, der Schlüssel des Bankmanagers stand? Will ist ganz schön clever. Na ja, man muss auch schlau sein, wenn man Pilot werden will. Wenn jetzt die Zombies kommen, bin ich hier raus. Wollte ich euch nur sagen. Will Mackenzie ist hier für Überleben und so zuständig. Und für das Bezirzen altern da Ladies. Aber für Dämonen nicht. Da rufen sie dann bitte die Winchesters an. Oder die Ghostbusters, mir egal. Aber nicht uns. Gut, also... Ich werde es auf jeden Fall nicht mitnehmen. Oh, mein Wesen. Wasser nehme ich doch glatt. Dieses Gequietsche ist ein bisschen gruselig. Wir haben noch kein Brecheisen. Das ist sehr schade. Auch etwas, was wir vielleicht in der Tanke finden könnten. Kaffee in einer Hinterlandtasse. Achso, der ist nur zum Kaputtmachen. Gucken Sie doch meinen Aktenschrank unter M wie Müsli-Riegel nach. Oder unter S wie Stapel Papier. Kasse durchsuchen. Was haben wir hier? Das ist ein merkwürdiger Ort für Schmerzmittel, aber ich werde nicht urteilen. Vielleicht hatten die Bankangestellten einfach so ihre Problemchen. Offensichtlich haben sie alle ihren Job verloren. Da versteckt man vielleicht schon mal Medikamente in der Kasse. Oh, jetzt geht es wieder los hier. Safe-Knacker. Das war so um die... Irgendwo zwischen 25 und 30, ne? Okay. 27. 27. Ich habe das. Ich habe es voll drauf. 27, 33, 2 mal 27, 32. Ich habe es voll drauf. Okay, was ist das? Ah, ich habe das. 27. Vorsichtig. 31 und irgendwo hier so nein das heißt vielleicht ja kommen mit bücher nehmen wir auch mit irgendwas also irgendwas wirklich nützliches nein gut es ist ein safe da ist so da brauchen wir den code für ok gut der fern ist halber es ist natürlich ein bank safe natürlich wird er hauptsächlich geld drin sein aber ich hätte jetzt schon gefunden wenn er jetzt irgendwas drin gewesen wäre was auch in einer in einem überlebensszenario wie diesem wichtig oder nützlich ist keine ahnung eine knarre oder patronen schlafsack okay schlafsack ist die wirklich nicht so wir haben den schlüssel zum haus des bankmanagers grundsätzlich würde ich sagen wir gehen trotzdem erstmal zur tankstelle aber ich fühle mich so ein bisschen hilflos ja wir haben nichts womit wir uns die die wölf vom leib halten können und ganz ganz vielleicht finden wir hier irgendwie im brecheisen oder eine axt oder sonst was oder noch eine zeitung das haus des bankmanagers denn besonders gekennzeichnet ja okay denn da wir dafür einen gesonderten schlüssel brauchen finden wir hier vielleicht auch irgendwas besonders hilfreiches da steht jetzt aber nur mit dem haus des haus des bankmanagers aber dass der einzige schlüssel war den wir haben und wir das haus aufschließen konnten lass deine aggression bitte nicht am interieur aus heb dir das für die wölfe auf okay der bankmanager der hatte durchaus vorräte jetzt hat er sie nicht mehr sagen wir sie aber er ist ja auch nicht mehr da okay die schuhe sehen sehr schick aus aber nicht sehr warm da gucken wir gleich mal da weiß ich gerade nicht was wir haben ich weiß nur wenn wir haben ja noch nicht so viel deshalb können jetzt auch so sachen die uns im überlebensmodus vielleicht noch nicht vom rocker gerissen hätten die ist auf jeden fall nicht auf jeden fall nicht also auf keinen fall sprache immer wieder faszinieren ok jetzt bin ich natürlich versucht direkt zurück zu gehen und den ähm tresor aufzumachen jaja richtig außerdem stimmt das nicht du warst gerade definitiv schon mal hungriger wir haben noch einiges gefunden dieser fisch der wird ja auch nicht besser den essen wir jetzt einfach mal und trinken gammelige limo das ist immer gammeliger fisch und dazu ein schluck gammelige limo das ist immer die banktresor jetzt auf so weit gelaufen sind wir jetzt nicht diese geräusche hier singt da jemand wer weiß was ich da höre also die graue mutter ist es nicht erstens ist sie glaube ich nicht so der typ für fröhlichen gesang und zweitens kommt es aus der falschen richtung und drittens ist es wahrscheinlich auch gar kein gesang so wir öffnen jetzt den banktresor frank ocean eat your heart out frank ocean ich muss gestehen dass ich es nicht für nie gesehen habe weder das original er gibt die gar nicht automatisch ein banktresor code 1930 08 eigentlich auch komisch dass wir bei den anderen einfach rumprobieren dürfen und hier müssen wir es dann schon wissen bevor es überhaupt anfassen darf ich sollte darüber nachdenken ob ich in meinem bankschließfach vielleicht keine ahnung ravioli dosen oder so aufbewahre und dosen öffnen für so einen fall naja gut vielleicht wäre es sinnvoller in meinem haus ravioli dosen auf zu bewahren ja das macht mehr sinn okay den schlüssel haben wir noch nicht also manche bank schließfächer sind aus irgendeinem grund nicht verschlossen da waren die leute sehr vertrauensselig dabei hatten sie da ihre kameradollar drin also ich weiß nicht wie das bei anderen banken ist aber bei der sparkasse steht glaube ich in den geschäftsbedingungen dass man kein bargeld im schließfach aufbewahren darf es sind die versicherungstechnisch glaube ich 1 2 3 4 ok 4 bank schließfach schlüssel müssen irgendwo hier verteilt liegen das was hat und es ist auch so lange zusammen hatte ich dich doch fast übersehen süßes gesappt so kraft soll bitte auch das einen lärm zu machen was kann ich mit sie dann lern machen dafür dass katzen so leise tiere sind sind sie echt gut darin lärm zu machen mit dingen die eigentlich gar keinen lärm machen muss ich davon ausgehen dass das absicht ist so ich sollte nicht joggen die sind völlig aufgeschmissen können können wir wölfe mit mit steinen bewerfen und verjagen habe ich noch diese scherbe irgendwie also so was ähnliches wie eine waffe habe ich oder ich noch ein brief erst mal nach schätzen unter den kirmen suchen okay da da wolf die lauer noch nicht okay mit ein geheimversteck text lesen meine liebe dieser brumme jedoch die wird an der orca tankstelle hat die hintertür offen gelassen da habe ich mich reingeschlichen was mitgehen lassen können es bei unserer flucht und gebrauch ich kann es kaum abwarten mit ihr aufs festland zu gehen damit wir echt zusammen sein können wie geplant morgen abend die sachen habe ich bei den großen umgestürzten baum im summ hinter der st christopharkirche versteckte weiß schon wo wir uns mal getroffen haben und die schmuggelwache deines vaters getrunken haben okay ich weiß man nicht mehr was in diesem geheimversteck war das mitnehmen ich glaube nicht dass das was wahrscheinlich hätte typ ja alles wertvolle aus der tankstelle mitgenommen aber es ist jetzt näher zu dieser tankstelle als zu diesem der kirche also marschieren wir dahin soll ich das klischee ausgraben es ist still zu stellen doch passt jetzt gut ja das passt jetzt in die stimmung ich will jetzt nicht beschreien aber ich werde mich nicht beschweren so gibt kein benzin mehr okay jetzt ist es nicht mehr still kohle nämlich was das da signalpatron nicht kofferraum abgeschlossen das ist weise wenn auch für mich jetzt gerade sehr ungünstig kann ich es nachvollziehen man weiß in diesen zeiten da gehen ja selbst ehrliche piloten hin und klauen einem den kram aus dem auto no cash ich bin zwar nicht bewaffnet aber sehr gefährlich ich habe sehr viele ninja turtle comics gelesen und bin deshalb quasi ein ninja meister so mit uswela ich glaube im deutschen würde man mit usw dem sagen aber da das ein eigenname ist voll unhöflich wir ignorieren den typen einfach und schweißen noch mit steinen du hast ja dein feuer dir geht es gut und sonst wie geht es der familie hast du familie ich habe da so eine grummelige alte getroffen vielleicht versteht ihr euch ja gut kommt eine selbsthilfegruppe gründen weiß schon für seltsame alte leute die aus irgendeinem grund als einzige zurückbleiben wenn alle anderen sich in sicherheit bringen also ich weiß ja nicht wenn ich irgendwo in so einem szenario eine mit nahrungsmitteln bestückte tankstelle gefunden hätte würde ich sie verteidigen aber er hält das scheinbar nicht für nötig ich kann seinen kram hier mitnehmen gut dann möchte so darauf hatte ich gehofft dass hier in der schlafe kein schlaf wegelagere hey kumpel tut mir leid dass ich dich bei dem sturm und dem strom und allem so hängen lasse aber an der oberen brücke scheint heute abend das reinste chaos ausgebrochen zu sein ja das ist beschränkt ob die obere brücke autos entstehen geblieben ein absolutes durcheinander und irgend so ein reicher festländer wird einfach nicht aus seinem truck aussteigen glaubt wohl dass wir ein haufen banditen sind die ihn übers ohr hauen wollen kennst du ja jedenfalls gehen jason und ich dort hin um zu sehen ob wir ihn zur vernunft bringen können bevor der sturm schlimmer wird hier kläre dem morgen alles peter gut ich nehme das mal mit warum auch immer ich untersuche alles nach notvorräten aber erstmal bestehle ich den alten mann wir sollten uns wohl mit ihm unterhalten also ich entschuldige mich jetzt schon wieder dass es gleich zu einem sehr zählen dialog kommen wird aber auch den müssen wir nach allem befragen was er weiß ist es ist der gleiche typ den wir im in der alten version erst vorm vom damm getroffen haben er da auf einmal so saß obwohl er davor nie gesessen hat da ist nicht viel wasser methusalem hast du hier schon aus diesem klo getrunken das ist eigentlich mehr so mein ding macht das nie wieder ohne zu fragen ist nicht nett so ich sehe tatsächlich kein brecher so ein bisschen überladen aber nicht so sehr ich will diesen stock na gut hi wollte mich auch niemand aufhalten ganz außerhalb bin ich gut bin ich aber du kannst mich Methuselah ich bin hier in der In der Hm. Also ich bin Nobody, aber du kannst mich Methuselien nennen. Nobody ist einfacher. So, statt merkwürdig Autos Estrid. Komm, Estrid. Ich, das ist wichtig. Total. Tut es das? Ach ja, sie war da nirgends, ne? Ja, hast du? Häs? Aber die Graumut hat gesagt, sie sind alle aus der Stadt raus. Und sie sind zu Fuß Richtung Küste. Ich weiß jetzt nicht, was Richtung Küste ist. Stadt, merkwürdig Autos, ich weiß nicht. Was ist diese Stadt? Ich erinnere mich nicht, dass ich es auf irgendwelchen Karten sehe. Das ist Milton. Paradies verloren. Es ist eine Stadt des alten Welt. Die Graue Mutter ist schon in Ordnung. Sie ist ja ein bisschen froh. Äh. Äh. Hm. Was erwarten wir denn, wie die Welt endet? Überschwemmung? Von wegen globaler BEM und so? Aber bevor wirklich alles überschwemmt ist, wird auch dauern, oder? Egal. Aber das kommt mir jetzt seltsam vor, dass er gesagt hat, der Mann wird ihm seltsam bekannt vorkommen. Er sieht Will selbst ein bisschen ähnlich. Ich weiß ja nicht, wie seltsam der Story-Modus wird. Vielleicht ist es Will aus der Zukunft. Ich weiß ja nicht. Ich weiß, wie sie alle Autos sind stalled und verlassen. Die haben alle gestalt oder verlassen? Sie hat hier gestalten. Sie haben jetzt noch keine Koffer. Sie haben jetzt noch etwas zu sein. Sie haben immer diese Teufel. Sie haben sich gelungen. Sie haben sich im Verstärken. Sie sind nicht zu Ende. deshalb durften wir den ganzen kram haben er geht davon aus dass er nicht mehr viel braucht okay das war ein merkwürdiges gespräch aber danke das war merkwürdig ja ich möchte bitte mal er mag aussehen er mag alt aussehen aber mit usel mit usel als ich sag jetzt mit usale im klarer blick zeugt von einer tiefen weisheit und er strahlt eine ungewöhnliche stärke aus er verfügt über die ruhige wissen der autorität nur jemand hat er schon einiges im leben gesehen hat er scheint mir über die geschehnisse auf großer wert zu wissen als er verrät also kommt er dir bekannt vor weil er wieder weihnachtsmann ist oder wie ansonsten er hat gewisse ähnlichkeit mit mit wohl selbst was kann einfach im bad liegen so genau wir haben unsere schicke hosen noch gar nicht angezogen so dass die sind auch ein bisschen besser als das was wir anhaben das ist eigentlich das schöne wenn man gar nicht viel hat muss man auch nicht viel vergleichen gut problem gelöst das war jetzt tatsächlich okay das gespräch wird für uns beendet weil ich diese coolen salzkräcke übersehen hammer wasser ist auch immer gut wir sind jetzt ein bisschen überladen muss gleich mal gucken was ich ablegen kann ja schokoriegel über meine güte was wirklich eine schatzkammer einiges an kalorien liefern so ich finde es sehr beruhigend dass wir jetzt einen schlafsack haben ich weiß es gibt hinter der tankstelle noch einiges zu sehen aber wir sind jetzt schon leicht überladen und bringen jetzt erstmal ein bisschen was in den kühlschrank ich hoffe wir kommen unbehelligt zurück zum haus der grauen mutter das wäre mir sehr lieb denn unsere einzige waffe ist weiterhin der splitter ich will mich nicht beschweren ist ja immerhin ein geschenkter gaul ein geschenkter gaul der uns brutal in die hand gerammt wurde aber es war umsonst gut gratis ich höre die ganze zeit geräusche die nicht unbedingt von mir sind ich will mich nicht zu sehen guck jetzt nochmal ob ich auf dem rücksitz irgendeines wagens mit brechstange finde oder vielleicht in irgendeinem unverschlossenen kofferraum in einem verschlossenen kofferraum nützt uns eine brechstange natürlich nichts die häuser werden was später systematisch durchsuchen also die die ladefläche eines trucks wäre ja ein relativ sinnvoller ort für die verwahrung von werkzeugen aber diese trucks geben das nicht okay und da sind noch werkzeug speichervorgang wieso wieso hast du jetzt einfach mal so gespeichert das bedeutet in vielen spielen ärger wenn das spiel so völlig unaufgefordert und ohne gebietsübergang einen autosave anlegt werde ich misstrauisch das in kombination mit all diesem wolfsgeheule weckt meine paranoide seite nicht dass meine paranoide seite besonders fest schlafen würde und es irgendwie viel aufwand bedeutet sie zu wecken und kofferraum wird verschlossen verriegelt so ich weiß gar nicht ob wir da auf dem hinweg schon mal reingeschaut haben nein haben wir nicht ich glaube an diese szenerie würde ich mich erinnern ich habe kein gutes gedächtnis aber das wüsste ich glaube ich noch ich kenne sie schaut sich die leiche an ja sie ist tot was zur definition von leiche gehört wir folgen der blutspur zu diesem stock ist der stock die mordwaffe wir wissen nein das war dann vorhin offensichtlich noch nicht feuerholzbehälter ich könnte feuerholz da reintun ich hab's ja so was man drauf wenn du jetzt die graue mutter umgebracht hast ist das nicht cool das heißt moment nee er liegt ja da tut wahrscheinlich hat sie ihn angeschossen lady war er da doch schon bevor wir hier reingekommen sind und ich habe das nur ignoriert ich rede gleich mit ihr kühlschrank 0 von 8 also kalorien okay wir tun mal das gammelige zeug da rein bei allen guten sachen für uns du kannst jetzt kein pferd wir haben nämlich gerade kein und wenn sollten wir uns auch überlegen ob wir es wirklich essen ich meine transportmittel wie ein pferd wäre schon nicht schlecht so ich werde jetzt tatsächlich die die umgebung noch weiter absuchen aber vielleicht mehr bereits etwas gammeliger ich weiß nicht so wie ohne mittelproduktes ich behaupte mal dass das dann einfach einer der bösen männer ist ja ich wird ihn angeschossen haben und dann hat er sich dahin geschleppt das scheint mir jetzt erstmal die wahrscheinlichste variante zu sein und wir haben jetzt eine axt das weiß ich zu schätzen wenn hier jetzt in der nähe noch irgendwie ein dicker ast liegt könnten wir ein bisschen was für den feuerholzbehälter tun er steht zwar noch nicht auf unserer liste aber da war schon eins von zwölf steht stöcke sind natürlich auch irgendwie brennholz aber ich höre doch musik jetzt überlege ich ernsthaft irgendwie ein anderes programm im hintergrund laufen habe wo musik läuft kann ja nicht sein wer könnte denn strom haben musik abzuspielen oder da sind jetzt irgendwelche geräusche die sich in meinem gehirn ganz komisch vermischen so dass wird mich auch für immer nerven ich habe eine axt und das ist mit holzbrettern verrammelt wieso sollte ich da nicht reinkommen macht die häuser begehbar oder macht sie weg das macht keinen sinn keine lust auf ein gespräch mit einem Guck mal, jemand hat seinen Kofferraum nicht abgeschlossen. Okay, aus dem einfachen Grund, dass er daran auch nichts lagert. Mehr Post, mehr Post. Guck mir schon vor wie ein Archivar. Verrat. Verrat. Ich habe ihn wie versprochen verlassen und hier gewartet, wie du es mir gesagt hast. Wo bist du? Es wird zu kalt, um hier rumzusitzen. Hol mich beim alten Postamt ab, sobald du kannst. Und dann nicht, zieh weg von hier. Wenn du bis Mitternacht nicht da bist, gehe ich alleine. Okay. Warte mal, passt das irgendwie zu? Das könnte hier zu passen, ne? Der wollte ja auch mit irgendjemandem fliehen. Scheinbar haben sie sich verpasst. Und die Briefe nicht gefunden. Oder die Briefe gefunden und sich dann trotzdem verpasst, weil sie die Briefe zu spät gefunden haben. Ich weiß es noch nicht. Wir gehen uns erstmal ausruhen. Und morgen geht es dann zum Geheimversteck an der Kirche. Oder durchsuchen wir erstmal Milken. Ne, ich will erst zum Geheimversteck. Ich hoffe, wir dürfen jetzt hier pennen. Darf ich oben schlafen? In den Betten? Ja, nicht respektlos oder so. Lerne, wie man Kleidung repariert. Okay. Ich weiß jetzt nicht, welcher der Schlafraum der Lady ist, aber sie will ja scheinbar sowieso lieber unten die ganze Zeit am Feuer hocken. Wo ist denn unser schlaues Buch, das wir gefunden haben? Sind die Bücher mittlerweile irgendwie anderweitig? Tatsächlich, okay. Darf ich nähen für Anfänger vielleicht lesen? Und nicht nur untersuchen. Ich kann es hin und her drehen. Aber ich glaube nicht, dass sich dadurch meine Nähfähigkeiten in irgendeiner Form verbessern. Grundlagen des Lebens. Vielleicht wird da erklärt, was ich tun soll. Lerne, wie man Kleidung repariert. Und ja, ist da für dich dieses Buch zuständig? Okay, bin ich jetzt... Es ist nicht im normalen Gepäck drin, nicht wahr? Ich repariere jetzt... Nee, nee. Ich repariere jetzt mal irgendwas. Ganz willkürlich. Ich hatte gehofft, ich kann noch ein bisschen lesen, aber jetzt wird es dunkel. So, hat das jetzt irgendwie... Okay. Einmal zu reparieren hat geholfen. Darf ich dann jetzt das Buch benutzen? Ich stehe wahrscheinlich gerade einfach tierisch auf dem Schlauch und es ist ganz naheliegend, was ich zu tun habe. Oder ich übersehe das Buch tatsächlich einfach in meinem Gepäck. Das will ich alles nicht ausschließen, aber im Moment... Kriege ich das nicht auf die Kette. Zap Energy-Riegel. Und ein bisschen Wasser. Ach, wer meint sieben Liter. Schlafen wir jetzt einfach? So müde sind wir gar nicht. Uh! Ach so, ich dachte, man könnte da jetzt richtig rauskommen. Dann habe ich mich verrufen. Okay, hier ist auch nichts mehr, was wir mitnehmen können. Wir können wahrscheinlich noch das Wasser aus dem Klo nehmen. Aber da wir ja dieses Haus öfter mal besuchen werden, müssen wir uns damit jetzt nicht belasten. Das Wasser haben wir ja. So ist es ja nicht. Ich weiß jetzt nicht, was ich wegen dieser Nähsache machen soll. Muss ich jetzt erstmal dreimal meine Kleidung reparieren, bevor ich mein Buch benutzen kann, oder wie? Dieses Kleidungsstück könnte noch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Und naja, das andere Paar Socken ist jetzt auch... Hat sich da irgendwie was verändert? Okay, die Sonne ist noch zu sehen, deshalb ist es gar nicht wirklich dunkel, auch wenn es dunkel aussieht. So, okay. Okay, ich habe jetzt Kleidung. M-Karte-Anzeigen. Yay! Ich... Wir schlafen jetzt einfach. Ich weiß im Moment nicht, was das Spiel von mir möchte. Ich glaube, ich warte erstmal nochmal zwei Stunden. Damit er uns dann auch wirklich durchschläft. Nutzen sagt, ja. Kriege ich auch Nutzen-Sit? So. Jetzt... Denk mal. Acht Stunden Schlaf. Kriegen wir hin, ne? Dafür sind wir doch müde genug. Oder... Im Story-Modus gab es das gar nicht, ne? Dass man müde sein muss zum Schlafen, oder? Ich hoffe mal nicht. Was seufzt die denn da unten so rum? Das macht dann ja ganz mich schugge. Das ist schlimm. Ich kümmere mich ja schon um alles. So, jetzt scheint mieses Wetter zu sein. Ich gehe jetzt zu dem Geheimversteck an der Kirche. Können wir direkt die Kirche untersuchen. Ich glaube zwar nicht, dass da so viele schöne Vorräte rumliegen werden, wie in der Tankstelle. Das war ja wirklich die Hütte vom Weihnachtsmann. Das ist auch der wertige Typ da. So, wir haben... Keine... Wie heißt's, ähm... Signallampen... Ja, Signalfackeln. Diese Fackeln zum Tiere erschrecken. Ihr wisst schon. Für zum Tiere erschrecken. Elegante Formulierung. Wieso habe ich keine Schlusswaffung im Inventar? Ich dachte, ich hätte noch Steine. Habe ich die alle schon wieder aus Versehen weggeworfen? Ähm... Ein Streichholz vor mir herzutragen, wird mir auch nicht helfen. Das ist gut. Hier sind Steine. Damit werden wir die Tiere schon erschrecken können. Uh, da sind gleich zwei. Ah, schade. Ich dachte, die laufen da einfach geschmeidig in die Richtung. Aber nein. Sie haben sich getrennt. Dabei ist es doch viel sicherer, in Gruppen zu reisen. Das ist doch jeder. Das... ...anhaltende Fehlen eines Brecheisens. Stößt mir noch immer sauer auf. Und warum wickst sich jetzt die Maus nicht? Oh mein Leiden. Hm. Ich versuche einfach mal Abstand zwischen mich und die Wölfchen zu bringen. Sie scheinen mich zu ignorieren. Aber ich will jetzt auch nicht zu diesem Auto dahin gehen. Und wenn ich sie nicht unnötig provozieren möchte. Deshalb gehe ich erstmal zu diesem Auto. Hm. Hm. Das habe ich bislang nicht gemacht. Ich hoffe mal... Oh, das ist gut. Eine Magnesium-Fackel. Das ist das Wort. Yay. Noch eine Magnesium-Fackel. Ach. Das wird doch wohl nicht alles sein, woran du denken kannst. Ich hoffe, du denkst auch an Astrid. Die ganz alleine da draußen in der Welt herumiert. Dieses Auto hat viele Signale. Komm schon. Ich stehe nicht so an. Ich dachte, alles woran du denken kannst, ist Essen. Und jetzt kommst du mir hier mit. Mir ist kalt. Da sind schon wieder diese komischen Grafikpunkte, Dinger, Fehler, wie auch immer. Das heißt schon wieder. Die habe ich lange nicht gehabt. Was haben wir hier? Oh, wir können die nicht stapeln. Platzieren. Nein. Ist alles nur Feuermachbücher? Keine Lehrbücher. Oh ja. Mitteilung des Priesters. Okay. Das will ich wissen, was der Herr Priester zu sagen hat. Liebe Gemeindemitglieder, ich muss Sie schweren Herzens informieren, dass die Erzdiözese beschlossen hat, mich aufgrund mangelnder Aktivität in der Gemeinde St. Christopher zurück zu beordern. Obwohl unsere Gemeinde in den letzten Jahren stark geschrumpft ist, werde ich ihr Engagement für die Kirche und ihre Unterstützung meiner Bemühungen in freundlicher Erinnerung halten. Ab sofort sind die Gottesdienste nur noch über Skype zugänglich. Auch unsere Lateinlektionen werden fortgesetzt. Ich bitte Sie aufrichtig um Entschuldigung, möge Gott mit Ihnen sein, Pater Francis McGill oder McGill. Keine Ahnung. Okay. Aber Pater Francis war noch per Skype für seine Schäfchen da. Da jetzt keiner mehr Strom hat, kann auch keiner mehr skypen. Das ist ein bisschen schade. Ist das jetzt Zufall, dass diese Grafikfehler hier in der Kirche auftreten? Oder ist das tatsächlich ein Problem in der Kirche? Das sollen wir jetzt mal draußen beobachten. Genau, das habe ich im Geheimversteck, wurde ich so. Deswegen war ich ursprünglich hierher gelaufen. Baum. War doch dieser Baum? Oder ist das ein Moment? Kann jetzt sein, dass ich das jetzt gerade durcheinander bringe. Um, doch, umgestürzter Baum, eine sein krankste Verrüstel hier. Oh, da ist ein umgestürzter Baum. Dann bitte das wohl sein. Oder ist hier noch ein gestürzter Baum? Nein, dann inspizieren wir mal diesen umgestürzten Baum. Ja, okay. Lampenöl. Notfallspritzen. Okay, okay. Es ist jetzt nicht fantastisch. Aber es ist okay. Und wir sollten mal in die Kirche und ein Feuerchen machen. Denn Will fröstelt es etwas. Allerdings habe ich jetzt nur ein paar Stöckchen dabei. Wie lange nehme ich schon wieder auf? Oh Mann. Okay. Wir machen jetzt nur ein Feuerchen. Damit wir uns nicht erfriert. Dann beschlossen wir. Hier drin ist es schon mal warm genug, dass das Unterkühlungsrisiko nicht bestehen bleibt. Aber trotzdem aufwärmen sollten wir uns vielleicht. Okay. Wir nehmen Geld zum Anzünden. Ähm. Ich kann alles essen. Ja, ja. Alles, alles, was auch immer. Entschuldigt, dass ich hier ständig mit den Taschen rumfuchtel. Leichte Erkältung. Oh, da liegt noch ein Brief. Da, ich sehe es. Da. Den können wir lesen, werden wir uns noch vorher aufwärmen. Brennstoff hinzuschügen. Buch verwahren wir mal. So, zwei Stündchen. Das ist doch angenehm. Äh. Genau. Das ist echt schlecht mit dem. Die Steuerung. Oh Gott. Spalte Deutsch. Das nehme ich mal. Tag der Rache, Tag der Sünden, wird das Weltall sich entzünden, wie sie Bill und David künden. Welch ein Graus wird sein und zagen, wenn der Richter kommt mit Fragen, streng zu prüfen, alle klagen. Laut wird die Posaune klingen, durch der Erde Gräber dringen, alle bis zum Throne zwingen. Schauen, sehen, Tod und Leben, sich die Kreatur erheben, Rechenschaft dem Herrn zu geben. Na, das ist doch... Was? Ich bin sicher, jeder, der das gehört hat, ist danach viel fröhlicher als vorher. Noch nicht. So, ich... Mach mal ein bisschen... Ja, was muss ich eigentlich nicht machen, ne? Eigentlich nicht. Wir haben genug Wasser. So. Trinken tun wir jetzt aber mal die Limo. Weil die nämlich schon am Gammeln ist. Und wir Hunger und Durst haben. Ich gehe mal einmal rein und wieder raus, wegen Speichern. Und dann mache ich für heute Feierabend. Ich bin schon wieder über eine Stunde dran. Und habe die Uhr auch zu spät eingeschaltet. Also schon wahrscheinlich weit über eine Stunde. Aber ich mache das nicht mehr. Ich teile die Videos nicht mehr auf. Dauert dann manchmal etwas länger, sie zu rendern und hochzuladen, wenn sie dann so lang sind. Aber wäre nicht viel besser, wenn ich dann zwei halbe Videos hochladen müsste. Und so ist es für euch auch leichter, das dann hinterher in der Playlist zu finden. Ist alles besser. Ach, das ist ein Bett. Moment. Verdammt. Jetzt habe ich ja... Egal. Will wärmt sich jetzt hier erstmal auf. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich entschuldige mich nochmal, dass ich im Moment immer recht spät auf Kommentare antworte. Aber ich lese eure Kommentare und freue mich drüber. Bitte nicht falsch verstehen. Ich danke euch fürs Zusehen. Vielen Dank für eure Zeit. Passt gut auf euch auf. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.